Waffentechnisch sind wir ja gar nicht schlecht ausgerüstet, aber Leben ist es halt. Klar, wir könnten uns jetzt wieder hochheilen, aber... Oh. Oh. Bosskampf. Sieht auf jeden Fall danach aus. Oh, da hinten sind auch diese Fässer. Kann ich da eins werfen ohne das... Ne, ne, Moment. Nein. Das mach ich nicht. Ich wette, ich werde mich nur dasselbe umbringen. Okay. Ich wollte gerade nämlich runterspringen eigentlich. Muss er sich gerade bewegen. Okay, komm. Ach komm, du Pfeilfähling. Nerv' ich sowas. Okay, getroffen. So, was haben wir jetzt? Autsch. Na, komm, fall' um. Komm schon. Na, Spaß. Oh, shit. All' ich wollte gerade wieder springen, aber der ist so schnell. So, komm schon, jetzt muss er aber down gehen. Geht doch. Dann haben wir auch wieder ordentlich Herzen verloren. Und Pfeile, aber ein paar Pfeile können wir eins, zwei Mal anscheinend. Komm, Höhe. Nichts ganz toll. Nö, das war glaube ich nur ein einziger Pfeile, den ich einsammeln konnte. Toll. Na gut, weiter geht's. Haben wir es geschafft? Ebene 7, Schwertprüfung. Nein, geschafft kann es nicht sein. Aber ich sehe eine, oh mein Gott, eine Fee. Die brauchen wir. Ganz dringend. Bleib bloß da, hau bloß nicht ab, du blöde Fee. Ja, hallo. Ist dein Ernst jetzt nicht zu hoch? Alter, das Spiel ist doch echt unglaublich. Ja, komm, komm, komm. Ey, ist das euer Ernst jetzt? Boah. Die war ständig zu hoch und ich wollte nicht aufstehen. Nachher fliegt sie weg und dann kriege ich sie nicht und dann ist sie weg. Ist noch Fische drin. Kommt her. Geht alle mir. Und drei Drohnen. Ein Gorschen-Schild. Ein Sandchen-Kurzschwert. Und eine Sander-Lanze. Essen. Feuerpfeile. Pfeile und... Ewige Flügel. Und nochmal Pfeile. Krass. Okay, wir können sogar Essen craften. Hier. Episch. Okay, ich weiß nur nicht, was da alles zusammenpasst. Oh, acht Herzen und vier Minuten drei plus drei Abwehr. Nice. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und die zwei Fleischsachen kann man miteinander machen. Oh, sogar verbessert. Oh, nochmal acht Herzen. Episch. Episch. Und Schwert. Kochobst. Plus ein Stärke und sechs Herzen. Holy shit, mir sind voll die guten Köche. Fit und Sport. Und Schwert. Nee, wisst ihr was? Wir machen nur zwei davon. Okay, zwei Herzen plus einmal Kraft. Hier gibt es sonst nichts mehr. Nicht, dass wir da irgendwas übersehen haben. Zum Beispiel hier noch Fische oder so. Nein. Ich möchte nur sicher gehen. Okay. Wow. Vier Minuten lang ganz, ganz schnell rennen. Sehr schön. Und noch die Äpfel. Die machen wir natürlich auch. Drei Äpfel geben drei Herzen. Okay. 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 Und vier. Wir können auch gucken. Jetzt ist keine Zeit dafür. Interessant. Wow, wir haben jetzt extrem viel Zeug. Und ich würde mal sagen, das gönnen wir uns. Alles andere ist zu viel. Das macht keinen Sinn. Denn wir werden uns definitiv nicht über unser Maximals hinaus heilen. Macht ja absolut keine Zeit. Und die behalten wir. Die, ähm, sollen uns heilen, wenn wir down gehen sollten. Das Problem ist, ich kann es halt nur nicht speichern. Es geht halt immer weiter. Dann schauen wir mal weiter. Ich muss nur mal schnell, aber ich kann doch, oh, Wasser und Exalfosse. Na, ganz toll. Aber ins Menü kann ich kurz, ich muss nur schnell hier ein Fenster aufmachen. Hier wird es extrem warm schon wieder und ich kann ja keine Klima anmachen. Einen Moment. Okay. So, da bin ich wieder. Fenster ist offen, aber es bringt nicht wirklich was raus. Es ist arschwarm. Ich kotze richtig ab. Na gut. Was sollen wir machen? Da drüben ist schon einer. Okay, wir haben schon einen Zwölferbogen. Nice. Da drüben ist auch einer. Oh, der hat uns schon bemerkt. Das ist ein Bogenschütze. Vorsicht. Aber da können wir, bevor wir ihn töten, können wir ein paar Pfeile sammeln. Okay. Oh, das macht unsFilter! Um! anybody? Okay, das ist leider kaputt gegangen. Mehr Pfeile kriege ich auch wahrscheinlich nicht. Außer wenn er halt auf mal ein Schild schießt. Wo zielt er hin? Ist er blind? Boah, das war knapp. So, schnell. Scheiße. Das war richtig, richtig eine blöde Aktion. Aber er hat down. Und er hat seinen Bogen fallen lassen. Nice. Und wir haben keinen Schaden bekommen. Obwohl es eine dumme Aktion war, haben wir keinen Schaden bekommen. Okay. Da drüben sind es zwei Stück. Und die sind geschockt worden. Aber es hat denn so gut wie gar nichts ausgemacht. Toll, oder? Naja, nicht wirklich. Tja, blöd. Kann man die anhalten? Oh. 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 Krass. Ich kann die mit so einem Kisten so umbringen. Ist das episch. Das wusste ich gar nicht, dass das geht. Einfach seitlich auf die draufhauen mit den Kisten. Krass. Willst du vielleicht herkommen? Hm. 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 Okay. Das war jetzt irgendwie nichts. Alter. Ich bin doch ausgewichen. Fick dich. Ich hasse das Spiel, wenn ich ausweiche und... ...das trotzdem nicht funktioniert. Ist echt nervig, sowas. Das darf doch nicht wahr sein. Bin extra ausgewichen. Jetzt hat er mir wieder zwei Herzen abgezogen. Ah. Pfeile, yeah. Ja, Pfeile können wir immer gebrauchen. Bocklanzen. Nimm halt alles mal mit. Eine Truhe. Jetzt habe ich auch nur durch Zufall entdeckt. Holzpfeile. Danke. Und nochmal eine Bocklanze. Okay. Das Problem ist, wir haben jetzt schon wieder Schaden bekommen. Und zwar nicht wenig. Das wäre langsam die Frage, sollen wir mal an was essen? Hauen wir die rein. Je mehr er uns gerade verdient, deswegen... ...passt es schon. So, was kommt jetzt? Wird definitiv nicht einfacher, deswegen... Ach du Scheiße. Der musste weg und zwar schnell. Oh nice. Der zwar auch, aber... Der sieht uns noch nicht. Deswegen holen wir uns erstmal die Truhe. So. Und... Ja, zehn Pfeile. Das ist in Ordnung. Pfeile können wir, wie gesagt, auch immer gebrauchen. Die sind sehr wertvoll in dem Spiel. Weil dann müssen wir an Gegner wenigstens nicht ganz ran. Dann können sie so gut uns wie keinen Schaden machen. Wir haben jetzt schon 61 Pfeile. Holy shit. Das war extrem viel. Okay. Nächstes Problem. Die so... Blöde Gegner. Ich würde sagen, wir nehmen da unseren stärksten Bogen, damit er umso schneller fertig ist. Damit er umso schneller down geht. Weil der Gegner, der kann uns extrem elektrischen Schaden machen. Und ich würde sagen, wir nehmen da so ein Holzding. nix gibt's. Nix gibt's. Nix. 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 Hm. Ich will ja gerne auf ihn draufhauen, aber das ist verdammt schwierig. Na komm raus. Das geht. Wie er immer rumspringt. Wie er immer rumspringt. Kann ich nicht. Verdammt nochmal. Scheiß Dreck man hey. Komm sterbe ich endlich. Oh man. Wenn der kommt, dann gehe ich ein Stück weg. Das ist mir ins Wasser gesprungen. Idiot. Ich habe einen Bogen aufgehoben. Ich bin ja weg mit dem Bogen hier. Bevor er mit dem Bogen auf mich schießt oder so. Ich brauche jetzt mal eine stärkere Waffe. Nehmen wir mal denne Irre. Na komm. So. Jetzt habe ich auch so eine Waffe noch. Und down. Brutal schwer. Pfeile. Yeah. Pfeile. Pfeile. Was zu essen. Wir haben zwar glaube ich nur einen Hit abbekommen. Aber das war auch schon zu viel. Oh jetzt habe ich die andere ins Wasser geworfen. Ups. Holy shit. Viele Pfeile. Toll. Dann hat nochmal so und zack. Und nochmal Pfeile. Ja die können wir auf jeden Fall gebrauchen. Ja die können wir auf jeden Fall gebrauchen. Ja die können wir auf jeden Fall gebrauchen. Wo wären wir auf jeden Fall schnell gebrauchen dir.